Bist du Jungfrau? Nein. Dead or not here in Alexandra Plaza. Ich bin hier mit... Nele. Und? Rocky. Ähm, wie alt bist du? 17. Äh, bist du Jungfrau? Nein. Okay, ähm, wo wohnst du? Ost-Berlin. Wie heißt du? Nele. Woher kommst du? Aus welchem Bezirk? Äh, Everswalde. Ich wohne nicht hier. Was machst du hier? Er wollte mir Sachen kaufen. Ja, natürlich. Ja, dann viel Spaß noch, ne? Ja, danke. Und dir auch. Und jetzt umdrehen. Let's go! Sein Style? Ja. So, 7 von 10. Wie findest du sie hier, 1 bis 10? Nur die Style? Also, ich find ihre Baggy-Hose sehr schön. Ich find ihre Air Force passen nicht so ganz zum Outfit. Ich würd ihr so eine 8 von 10 geben. Sehr gut. Willst du gerne ihn daten, ja oder nein, und begründe das? Ne. Warum? Das ist einfach nicht mein Typ. Willst du gerne sie daten, ja oder nein, und begründe das? Ja, Blondinen sind die 1. Habt ihr los, Instagram zu tauschen oder ein bisschen Connection und Verleih? Ne. Und du? Nur mit Blondinen. Oh, darfst du das Video hochkladen? Ja. Natürlich. Es tut mir allein so traurig hier in Alexanderplatz. Hast nichts gepasst. Leute, folgt von mir.